ARD Text im Auftrag von Funk Nein! Da kommt noch einer! Hilfe! Hilfe! Wenn zwei sich streiten, dann rennt der dritte weg. Ist 150 Meter hoch. Ist 157 Meter hoch. Oh, Entschuldigung. Hey! Er ist mein Macbook weggeschlagen. Kommt mal auf, ihr Mann! Entschuldigung, Herr Lehrer, Entschuldigung. So etwas zusammen singen wie Die YouTube-Schule mit Bergy und Simon. Irgendwie so als Beispiel. Diese super RTL-Chaträume, wo so ein Häschen immer was vorgelesen hat. Jetzt nehm ich das in meinen Videos, Leute. Das geht ab. Der Typ, der hinterm Baum, der will auf Mucken. Auf Mucken! Oh, Junge, der Wikinger! Wikinger-Mod! Oh, der ist tot! Noch einer! Noch einer! Jawoll! Ich zieh Lederrüstung an. Ja, Wikinger-Mod! Es ist nur die... Wie nennt man die Kinder von Wikinger? Wikinger... Das waren die... Das... Das waren die Wik-Kinder-Runden. Aber ich hab mich vertan. Wisst ihr? Ich dachte, ich wär Vicky. Aber jetzt... Jetzt mach ich die richtige Wikinger-Runde, Leute. Nein, geh weg von mir! Du bist fett! Ah ne, das war nicht ernst gemeint. Nein! Oh! Ich bin tot. Schade. Ich bin runtergefallen. Genau! Ich seh dich dahinten! Du dreckige Lügner, ey! Oh! Jetzt bist du dran! Für Spatzschweinier! Oh! 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 Ich bin kein Muster Moor! Du musst aber... Du musst aber... Jetzt runter runter! Ich wurde wieder gedemütigt! Warum? Ich kann's nicht vorstellen, Leute! Ohne Witz! Ich sag's jetzt zu schauen! Ich kann's euch nicht vorstellen, wie wütend mich das macht, wenn ich gedemütigt werde! Er wirft die Axt hoch! Na klar! Na klar! Na klar! Oh Gott! Er hat... Warum? Er rennt zu mir hin! Und... Warum kann man so behindert sein? Stell dir mal vor, ich würd's hoch... Stell dir mal vor, ich würd's aufnehmen, wie wir einfach so privat miteinander sprechen. Stell dir mal vor, was die Leute da denken würden. Die würden sich denken, Alter, was sind das für abgefuckte Psychopathen? Das war eine geheime Aufnahme hier mit Nilo. Ich hab einfach heimlich aufgenommen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, mal als Abwechslung so ein sehr seltsames Video. Niko! Schalt um! Du musst umschalten! Ich schalte um! Ich schalte um! Ich schalte um! Wir haben eingekircht. Ich schalte um! Alter, das ist die dümmste Challenge! Hey, aber ich hab's grad wirklich schon wieder gemerkt, gell? Das ist die dümmste Challenge, die es jemals gab. Warte mal kurz, ich muss ganz kurz wieder runterkommen. Schalte wieder zurück! Schalte einen Gang zurück! Niko, ist das jetzt gerade dein Ernst? Okay, ich bin wieder da, Simon. Und der zweite auch! Doppel-Umschaltung! Ich komm nicht mehr auf mein Leben klar, Alter! Bis zu seinem Haus in die Höhle. Da gibt es dann wieder Leichenschmaus. Oh, Flo. Das ist aber jetzt ein tiefer Sturz gewesen. Ja, hoffentlich wird deine Leiche nicht verwesen. Moment! Du bist dumme! Jetzt darfst du meine klatschen, ey! Au! Du bist so eine Streck-Sau! Ja, ich nehme dich auch! Ja! Toll! Dann wird man belohnt dafür! Dann wird man bestraft, dass man seiner Freundin das lieblich sollte! Danke! Danke! Ja! 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 Habt ihr gedacht, wär's schon? Ich mach jetzt noch ein Rückwärts-Saito. Und du wirst auch sterben! Und ich hab alle mit der Schaufel besiegt! Jawoll! Ich habe... DG! Nein! Die Aufnahme ist abgestürzt! Nein! Seid nicht! Meine Speicher ist voll! Nein! Der Speicher ist voll! Nein! Jetzt hat man die Aufnahme nicht gesehen, oder? Nein! Da! Da! Da bist du! Da bist du! Wir geben noch eine Chance mich zu verschlecken! Wir geben noch eine Chance mich zu verschlecken! Oh! Arsch! Jetzt kommt der Ballerina auf! Ich halt um! Ich halt um! Ballerina ist dir immer stark, stark! Ballerina tanzt dir immer mag mag! Okay! Was geile ist an dem Spiel, das allergeilste was ich euch gezeigt habe, wenn man Fleisch isst, dann scheißt man einen Haufen Kot dahin! Ja! Das ist das wichtigste Feature im Spiel! Finde ich auch, ne? Boah! 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 Boah!